Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Brücke, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Börl TV. Die 5 Euro Überraschungsshow. Eine halbe Stunde lang ein Schnäppchen jagt das nächste. Alle kosten nur 5 Euro. Sie können alle bis zu 5 mal bestellen, außer wir sagen was anderes. Diana und ich werden Sie durch die Sendung begleiten und wir freuen uns auf die Produkte. Wir wissen immer nicht, was kommt. Deswegen ist es für uns interessant und für Sie hoffentlich auch spannend, tolle Produkte zu sehen hier. Ich würde sagen, Diana, wir legen mal gleich los. Willst du unsere Jessica rufen? Jessica, wow. Unsere hübsche Jessica. Vielen Dank, Jessica. Danke schön. Dann schauen wir mal, was wir als erstes haben. Ein großes Paket. Wow. Guck mal, das ist diese Dekoleuchten mit Solarpanel, oder? Ach, ne, für 5 Euro. Das ist das 2 Euro. Das ist echt ein Witz, oder? Zwei davon sogar. Du kriegst zwei dieser eleganten Solar-LED-Wegeleuchten aus Edelstahl mit Lichtsensor. Das heißt, Sie können die ganz einfach hinstellen und dann sammeln die tagsüber das Licht und abends, sobald es dunkel wird, geht diese Lampe an und weist Ihnen dann den Weg. Das sieht natürlich super elegant aus. Das ist so ein Feature, das kennt man sonst nur von Villen und diesen Filmstar-Häusern, dass da eben alles so erleuchtet ist und ganz automatisch, wenn es dunkel wird. Gerade jetzt wird es ja früh dunkel. Da kann man das wirklich gut brauchen, wenn man mal Licht braucht im Weg hier. Und die sehen super elegant aus hier, aus Edelstahl. Richtig klasse. Und da kriegt man jetzt das 2er-Set für 5 Euro. Das ist doch echt ein Witz, oder? Für 5 Euro, 2 Stück? Das ist kein Witz, das ist unsere 5 Euro-Schule. Ich glaube, besser, dass es aussieht, weil wir haben viele, zum Beispiel eine Seite und andere. Also heute, Sie haben die Chance, 5 mal bestellen, das bedeutet 10 Stück. Ja, ganz genau. Das ist echt cool. Sieht sehr elegant, sehr schick aus. Ich glaube, das passt zu jedem Garten. Ich finde auch. Ich finde, das sieht sogar sehr hochwertig aus. Man kann gar nicht glauben, dass das für 5 Euro ist und dann auch noch gleich 2 Stück. Der steht. Was will man mehr? Noch mehr davon. Ja, Sie können ja bis zu 5 mal bestellen, dann hat man mehr davon. Ich finde das Licht so schön. Das ist so ein richtig schönes Licht und es weist einem dann eben den Weg im Dunkeln. Die kommen mit Erdspießen, Sie sehen das hier, die können Sie einfach in den Rasen stecken und dann sich Ihre eigene Landebahn zu Hause machen. Wenn Sie mal nach Hause kommen, die brauchen Sie nicht mal anzuschalten. Die gehen automatisch an bei Dunkelheit und haben dann eben hier Akkus. Das heißt, die leuchten dann, lese ich hier gerade, bis zu 8 Stunden und das ist schon ziemlich die ganze Nacht durch. Also jetzt wird es ja so um 4 dunkel, also bis nachts um 12 leuchten die und im Sommer natürlich dementsprechend die ganze Nacht durch. Und dann auch noch Solar, ne? Hier oben. Ja eben, du brauchst keine Batterien, kein Kabel. Das ist dann wirklich gut. Also heute, Sie sparen nicht nur mit unserem super Preis, 5 Euro auch Strom, ja keine Batterie, gar nichts. Das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, das ist unsere Zukunft, ja, weil wir haben alles schon mit diesen Solarpanellen. Ich finde das echt cool. Sieht fantastisch aus, auf jeden Fall. Ja, es findet auch Nadine aus Dummerstorf. Diese Garten-Balkonleuchte erfreut auch unsere Nachbarn. Sie überzeugt vor allem durch ihre Helligkeit und das edle Design. Siehst du? Das ist aber auch edles Design mit diesem Edelstahl hier. Tolles Licht. Die Bestellnummer für das Zweier-Set. Sie kriegen nicht eine, sondern zwei von diesen Solar-LED-Wegeleuchten für 5 Euro. Die Bestellnummer ist die NX9501569. Denken Sie an die 569 am Ende, damit Sie den TV-Sonderpreis bekommen. Die sind richtig hochwertig, ne? Hätte ich gedacht, dass sie also ein bestimmtes Stück 10 Euro kosten. Für ein Stück, das war schon so günstig, ja, 5 Euro. Jetzt Zweier-Set, das ist Wahnsinn. Ja, UVP für das Zweier-Set, höre ich gerade, ist 25 Euro. Also, das ist mal ein Schnäppchen, ne? Super. Also, wir gehen weiter. Was Kleines, aber Feines. Was Kleines, aber Feines. Vielen Dank, Gäse. Ich freue mich schon sehr über dieses Produkt. Ich habe eben kurz reingelunzt. Oho. Guck mal, heute, ich habe schon gesucht, weil ich habe meinen Pulli, ja, und das schon nicht, in diesem Jahr habe ich das gekauft. Und das ist echt ein super Gerät. Das ist ein Mini-Fussel-Rasierer. Sie kennen das von Pullovern oder von Kleidungsstücken, wenn Sie so Knötchen bilden. Die saugt dieser hier weg oder schabt die ab, ganz schonend zum Gewebe natürlich. Und dann sammelt der alles hier, Jessica zeigt das gerade ganz schön, in diesem Aufwandbehälter. Eine ganz tolle Sache. Ich meine, jetzt ist wieder Pulloverwetter und da kann man den tollsten Pullover haben, aber wenn da so Knötchen dran sind, dann ist das ärgerlich. Weißt du, jetzt Mantel. Ich habe jetzt meinen Mantel genommen und zum Beispiel dieses Platz, wo ich habe in meiner Tasche immer, ja, und natürlich, das sieht nicht so hübsch aus, aber nur für 5 Euro. Sie können das einfach zack, zack, keinen neuen Mantel kaufen, ja, einfach alles. Genau. Keinen neuen Mantel kaufen. Keinen neuen Mantel, das ist auf jeden Fall günstiger als ein neuer Mantel. Und vor allem diese anderen, es gibt ja diese Fusselrollen. Ja. Ich hasse diese Teile, weil meistens verklebt sich das und dann ist ja irgendwann auch diese Packung leer, da muss man wieder eine neue kaufen. Und hier, das ist so perfekt, weil dann hat man einfach das einmal, das kauft man sich einmal und das hält ja auch. Ja. Das heißt, man kann das die ganze Zeit wieder verwenden. Und da kannst du immer mitnehmen, weil das ist klein, kompakt, ja, nimmt kein Platz in der Tasche, weil diese Rolle, das ist schon groß und dann alles klebt. Das hält ja nicht lange, so eine Fusselrolle, ne? Ja, das muss man auch immer so fieseln, bis man das Papier da abgezogen hat. Für Pullover und Mantel gibt es nichts Bestes. Also alles, was Wolle hat und eben diese Knötchen bildet. Es ist halt auch wirklich super handlich. Ich finde, es sieht auch süß aus, oder? Ja, oder? Also ich würde mir das auch in die Tasche, das kann man gut mit in den Urlaub nehmen, in den Koffer packen oder in die Tasche. Und dann die Tasche, die Handtasche passt das auch rein. Die Farbe ist toll, ne? Die ist weiß und klingt. Ja, auch zum Beispiel für Schall jetzt, ja, wenn jetzt Winter kommt, natürlich so viele Winterkleidung haben wir. Und ich glaube, das ist super für 5 Euro. Wow. Ich finde das auch so eine saubere Sache, weil da unten in den Behälter eben alles gesammelt wird. Da stößt man dann einfach über den Mülleimer um und dann ist alles wieder in Ordnung, sieht wieder aus wie neu. Unser Mini-Fussel-Rasierer hat die Bestellnummer NX 8608 569. Hier sehen wir nochmal, wie der funktioniert. Der schabt da im Prinzip die Fusseln ab und dann sieht das wieder richtig weich, glatt und flauschig aus. NX 8608 569 ist die Bestellnummer. Ist auch schön. Ich finde es ein schönes, schönes Gerät und eben super, super praktisch, gerade wenn Sie Wollsachen haben. Ich habe auch so einen Wollmantel, so einen Kaschmir ist es nicht, aber so einen schönen, langen Mantel. Da bilden sich auch immer Fussel, ne? Man braucht sich ja nur mal komisch hinzusetzen. Jetzt werde ich mal buzzern. Da ist doch. In Buzzer kommt die Jessica. Vielen Dank. Sie ist schön. Sie freut sich. Was ist das? Ich fühle mich jetzt... Macht doch auch Spaß, diese Nummer. Wow, das kann nicht sein. Ich wollte das für mich kaufen, aber das kostet normalerweise, ich weiß nicht, 20, 30 Euro. Kannst du mitnehmen. Das ist, wie heißt das? Strohhalm. Strohhalm, aber aus Glas. Das ist sehr umweltfreundlich, sehr umweltfreundlich, ne? Genau, die sind aus Borosilikat, also die gehen auch nicht so leicht kaputt hier. Die sind natürlich temperaturbeständig, besonders stabil und lange haltbar für kalte und heiße Getränke und sind einfach zu reinigen, weil man die in die Spülmaschine tun kann. Und wenn dann trotzdem mal irgendwas hängenbleiben sollte, kriegen Sie auch noch diese Bürstchen dazu, richtig? Super. Ja, du kriegst acht Trinkhalme und vier Reinigungsbürsten. Für fünf Euro. Das ist natürlich wirklich toll, sieht natürlich auch viel eleganter aus und ist natürlich umweltfreundlicher als Plastikstrohhalm. Die kann man immer wieder verwenden. Das ist echt cool. Das sah doch eben richtig schön aus, ne? Das war, hast du die Cocktails gesehen? Vor Palmen und so? Mhm. Wir sitzen hier im kalten Dassel. Es ist so kalt, aber es ist ja weihnachtlich, es ist ja schön, wir beschwenden. Wie cool ist das denn? Also ich finde das richtig cool. Wenn ich jetzt auch an meine Schwester denke, die ist auch super, super umweltfreundlich, die achtet da extrem drauf. Das ist echt ein super schönes Geschenk auch, ne? Das ist so ein ganzes Set direkt. Sie haben vier Strohhalme dabei. Acht Strohhalme. Plus so ein Reinigungsteil. Du kriegst acht Strohhalme. Acht? Ach so. Acht und vier Bürstchen, ja? Acht Trinkhalme und vier Reinigungsbürsten. Vier Reinigungsbürsten. Perfekt. Wie viele Schwestern hast du denn, Jessica? Ich hab zwei Schwestern. Zwei jüngere Schwestern. Aha. Du bist die große Schwester und musstest immer auf sie aufpassen. Ja, ja. So ist das. Und auch in der Welt auch. Also das ist echt cool. Zum Beispiel jetzt, ja, wir sitzen so viele zu Hause und wir verbinden Zeit mit Familie, mit Freunden und natürlich trinken wir viele Cocktails oder Glühwein zum Beispiel. Für Kinder das auch. Wir trinken auch Kakao und Mineralwasser und Cola und Saft. Ja, genau. Nicht nur Glühweinschnaps. Ich finde das auch schön, wie das hier verpackt ist. Alles trinken wir. Wie das auch verpackt ist. Also es ist ja auch hier aus Pappe oder, ne, also es ist super umweltfreundlich. Ja. Wow. Ich will das. Das ist echt cool. Ich glaube, die sind normale Strohäume. Und ich kann dir sagen, das kostet normalerweise, ich hab das gesehen, das kostet zwei Stück für 15 Euro oder ich weiß nicht, 20. Hier acht Stück und dann diese vier Brustchen für 5 Euro. Wow. Ja, die sind eigentlich richtig voll leise. Ja, es ist ein toller Deal. Hier sehen wir alles auf einmal nochmal für 5 Euro. Unser zwölfteiliges Set Trinkhalme aus Borosilikat, Glas mit Bürsten. NX 6385 ist die Bestellnummer. Also ran ans Telefon. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Was finden Sie da? Was ist gut? Spaß. Dankeschön. Das macht Spaß, die Sendung, ne? Ja, ich liebe unsere 5 Euro Show. Da haben wir so viele verschiedene Genres da eben auch abgemacht. Oh, guck mal. Komm, komm her. Komm her. Das ist echt cool. Hast du es schon mal gehabt, Jessica? Äh, ja. Als Produkt? Ja, ich hatte das schon mal. Guck mal, ich tue dir jetzt mal was Gutes hier. Das machen Sie doch in den Herden immer. Oh, ein bisschen nach links. Falls Sie sich wundern, was das ist. Das ist ein ausziehbarer Edelstahl-Rückenkratzer mit gummiertem Griff. Da kann man eben an die Stellen kommen, an die man sonst nicht rankommt. Wenn man sich kratzen will am Rücken, da kommt man nicht an jede Stelle ran. Ich kenne das. Und wenn man rankommt, ist man total unentspannt, weil man sich total verrenken kann. Das Gute daran ist ja, dass man das nicht bei jemand anderem benutzen muss, sondern dass man selbst sich hier helfen kann. Man kommt jetzt selber hinten dran an Stellen, wo man normalerweise jetzt so nicht rankommen würde. Und du fragst jemanden, Partner oder Partnerin, Schatz, bitte hier ein bisschen nach rechts, nach links. Und sie sagen, oh bitte, ich habe keinen Bock mehr. Das kann doch nicht so. Also jetzt, sie können das allein machen. Und es sieht sehr süß aus mit diesen kleinen Händchen. Händchen. Ja, voll niedlich. Ja, Händchen. Händchen. Ah, weißt du, wofür das auch gut ist? Wenn irgendwas auf dem Boden liegt. Komm, lass mal was fallen. Unterm Sofa. Ich habe nichts. Lass was fallen. Hier, leg das mal. Mach, mach, guck mal. Oder die Kiste, ja komm. Guck mal. Wenn irgendwas auf dem Boden liegt und man kommt da schlecht dran, wenn es unterm Bett liegt oder so was. Kann man das damit eben auch holen. Oder zum Beispiel, weißt du, die Leute, sie haben Gips. Sie haben zum Beispiel was verbrochen. Ja, das soll man aber nicht machen. Und du kannst ein bisschen drin gehen. Das hat mein Freund, das hat immer ein Freund von mir. Ich habe ihm schon die Ohren gespitzt. Jetzt kommt ein Geheimnis raus. Ja, ja. Alle Männerherzen gebrochen. Guck mal, das ist echt praktisch. Das ist auch wieder so ein Produkt, das kann man sich in die Handtasche packen. Ja. Das passt auch überall rein. Kann man mitnehmen. Selbst den Zug. Zack, zack. Zack, zack. Irgendwo juckt es. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Aber leider nur ein Stück pro Bestellung. Ja, Preisalarm ist immer, da dürfen Sie nur einmal pro Bestellung bestellen. Weil es ein Sonderkontingent ist, was so runtergesetzt ist, dass wir das möglichst vielen von Ihnen zur Verfügung stellen wollen. Das ist ein digitaler Funk-Glockenwecker mit zwei Weckseiten. Das leuchtet schon. Das ist ein digitaler Wecker und hat eben diese mechanischen Klingeln. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Der sieht schön aus. Und ich finde, der hat auch irgendwie so einen Retro-Look mit diesen Silberteilen hier oben. Das sieht echt schick aus, oder? Das sind richtige Glocken noch, ne? Es sieht echt hochwertig aus. Und der hat zwei Weckzeiten. Das finde ich immer wichtig, dass man da also seine Weckzeit für wochentags und am Wochenende umstellen kann. Weil man will ja nicht jeden Morgen um sieben geweckt werden oder um halb sieben. Am Wochenende will man auch mal bis acht oder halb neun schlafen. Wie lange schläfst du am Wochenende, Jessica? Oh, es kommt drauf an. Also ich muss sagen, am Wochenende schlafe ich schon ganz gerne mal aus. Aber... Ist das zwei oder drei Uhr nachmittags? Hm... Ab und zu. Ja... Ne, ich stehe in der Woche hier, stehe ich eigentlich immer so um halb sieben auf. Um halb sieben? Ja. Warum? Was machst du ganz? Ich bin frühaufsteher. Früher war ich kein früheraufsteher. Aber irgendwann wache ich auf und dann kann ich auch nicht mehr im Bett liegen, dann muss ich raus. Ja, ich schlafe... Ich werde aber auch früh müde. Ja, okay. Ich bin dann bis drei Uhr wach. Ja, okay. Ich schlafe ich halt auch länger. Ja, ja. Aber es sieht super aus, ja. Für fünf Euro habe ich noch nie gesehen, ja. Ja, schon beim Pearl Deer, wir haben den Preis 13 Euro, schon sehr, sehr günstig. Aber heute, sie haben Glück, ja, mit uns, weil sie sind immer dabei mit uns und natürlich sie kriegen diesen super Wecker für fünf Euro. Und er hat sogar einen Funkwecker, das heißt, er hat immer genau die richtige Uhrzeit. Das ist natürlich super. Und einzelne, einfache Bedienung, hat eine Schlummertaste und er hat eine laute Doppelglocke, ideal für Personen mit tiefem Schlaf. Das kann ich nur unterstützen. Bei mir muss ein Wecker auch immer... Oh mein Gott. Also ich habe zum Beispiel gar keinen tiefen Schlaf. Ich schlafe wie ein Traktor, meine Mama sagt. Wie ein Traktor? Weil ich fühle gar nichts. Ich fühle auch überhaupt gar nichts. Und das ist... Ich brauche mindestens zwei Wecker. Aber es sieht echt schick aus, auch mit dem Licht. Das gefällt mir super gut. Ja, und der Klingeln, der Klingelt richtig mit den Klingeln, hat keinen digitalen Ton hier. NX1517569 ist die Bestellnummer für diesen tollen, tollen digitalen Funkglockenwecker. Ich finde den richtig klasse. Und das ist ein Funkwecker. Das heißt, der ist immer richtig bestellt. Ein bisschen Retro-Look. Ein Funkwecker allein schon, den kriegst du auch nicht für fünf Euro. Ein super Geschenk auch. Tanztgeschenk auch für Reisen, wenn man... Wir gehen weiter! Wir gehen weiter! Wir gehen weiter! Das ist für Kinder. Ja! Diese Pflasters. Habe ich auch gerade entdeckt. Kleine Affen drauf, ne? So verschiedene, unterschiedliche Tierchen. Das ist ein 118-teiliges medizinisches Pflasterpack mit zwei Rollen Fixierpflaster. Ich lese mal, was dafür ist. Das passt zu deinem Kreis. Da drin ist ein Zuschneider von Pflasterstreifen, 30 Einzelpflaster, nochmal 30 Einzelpflaster. Süß! Eine Rolle fixier, fixier. Echt süß! Dann haben wir 40 Kinderpflaster mit vier bunten Tiermotiven. Also Gorilla, Leopard, Pavian und Tukan. Pavian. Ich sehe Pavian. Diesen blauen. Ich würde den Tukan nehmen. Oder wie heißt das? Kakadu? Tukan. Tukan. Der hat ja diesen langen Schnabel, ne? Ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich super praktisch. Und es sollte wirklich jeder zu Hause haben. Und ich finde, sowas kann man halt auch echt überall aufbewahren, ne? Also zum Beispiel, ich habe auch Pflaster in meinem Auto drin. In der Handtasche habe ich Pflaster drin. Ich habe es überall, weil es kann immer irgendwas passieren. Ich bin ja auch gelernte Erzieherin. Und im Kindergarten, also gerade mit den Kindern, die wollen sich ja oftmals auch kein Pflaster draufkleben lassen. Da finde ich das mit den Tieren hier richtig süß, ne? Ja, okay. Also verständlich. Dann können die sich selber eins aussuchen. Teilige für 5 Euro. 118 Teile. Hier sehen wir mal alle auf einmal. Ne, das sind nicht alle auf einmal. Das sind viel mehr als die hier. Da haben wir 40 von diesen Tiermotiven. 40 Pflaster mit diesen Tiermotiven. 15 Klammerpflaster. Also das ist für jede. Wenn mal eine Verletzung, ein Wehweh, ein Wuhu passieren sollte, haben sie dann immer ein Pflaster dafür. Und du hast recht. Das ist sowas, das hat man, also man denkt immer, man braucht es nicht. Aber wenn man es dann braucht, hat man meistens keine zu Hause. Ja, jetzt zum Beispiel, wir kochen viel. Das kann passieren in der Küche, ja, mit Messer oder was. Ich hoffe, dass sie machen das nicht. Ich kann das nicht sehen, wenn jemand sich schneidet mit einem Messer. Ja. Ja. Das geht so schnell. Man kann sich ja sogar mit ein bisschen Papier schneiden, ne? Wie oft schneide ich mich mit Papier? Im Büro, bei der Arbeit. Und dann fällt es auch nicht mehr auf zu bluten. Und das tut weh. Oh mein Gott. Jetzt fühle ich das schon auf. Denken wir an schöne Sachen. Also das braucht man einfach. Einfach ein schönes Pflaster drauf machen und dann ist das Wehwehchen auch schon wieder weg. NX 78 18 569 ist die Bestellnummer für das 118-teilige medizinische Pflasterpack hier. 118 Teile, 40 davon sind diese Tiermotive. Die finde ich so toll. Weil, also mir macht das auch mehr Spaß, ein Tiermotiv drauf zu haben. Ja, ja, ja. Du hast mir mal so ein Tiermotiv drauf gemacht, ne? Ja. Ich bin so nett, ja. Ja, Diana ist sehr nett. Unglaublich. Sehr nett. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Hier kommt der nächste 5-Euro-Schnapper. Alle Produkte kosten 5 Euro. Jetzt kommt was Musikalisches. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Sehr gut. Ingo wartet auf Spielzeug, oder? Ich habe das Pflaster sogar immer noch geklebt, weil ich das so süß finde. Die haben eine Tischlampe mit Bewegungssensor. Das ist süß. Guck mal. Ach, die sind ja super schick. Die hatte ich mit Anne mal in der Sendung. Die haben sich sehr gut verkauft. Das sind so Lampen, die kann man hinstellen, wie Jessica das hier gemacht hat. Und die funktionieren mit Akku. Das heißt, sie laden sie einfach an einem USB-Kabel. Das kommt dazu natürlich. Und das hat dann einen Bewegungssensor. Und das geht dann an, wenn... Sie können die also entweder anschreiten oder auf Bewegungssensor stellen. Das heißt, die geht dann an, wenn sich etwas davor bewegt. Also man kann die auf den Boden stellen zum Beispiel, wenn man nachts mal aufs Örtchen möchte, dass man nicht die ganze Wohnung eliminieren muss. Sondern einfach nur hier, wenn sich etwas bewegt davor. Oder auf eine Treppe kann man die stellen, oder? Ja, natürlich. Und ich finde das eine sehr besondere Form. Ja, ich habe noch nie gesehen. Sie sind sehr schön mit diesem... Konisch so, ne? Ja, mit Gold. Roségold. Richtig elegant, ja. Und mit diesem Sensor für Treppe, ja. Oder zum Beispiel für, wie Nacktisch. Das kann sein. Zum Beispiel im Badezimmer. Wann kommen wir in der Nacht? Ja, auf den Klo? Dann natürlich besser. Sie machen kein großes Licht an. Ja. Und sie haben einfach eine kleine, gemütliche Lampe. Sie sieht super aus. Also eine Lampe kann man ganz normal als Lampe benutzen. Oder als Bewegungsmelder. Sehr elegante Form, finde ich. Finde ich auch. Es erinnert mich ein bisschen an so einen Becher. Aber an so einen eleganten Becher. Und ich finde das wirklich mit dem Roségold. Das passt ja wirklich in jeden Raum. Ja. Wie Diana eben schon gesagt hat. Ich kann mir das auch super gut im Flur vorstellen. Im Treppenhaus, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer. Sogar im Kinderzimmer auf der Fensterbank oder so. Ja. Wenn das Kind irgendwie nachts aufsteht und auf die Toilette muss oder so. Dann muss es nicht das Licht anmachen. Dann zack. Läuft es los. Und dann geht das von alleine an. Richtig schön. Es schaltet sich automatisch nach 25 Sekunden aus. Hat einen 4 Meter Reichweite. Einen großen Erfassungswinkel. Und wie gesagt, das funktioniert mit Akku. Das heißt, da brauchen Sie kein Kabel und keine Batterien, um dieses hier zu betreiben. Sondern ganz einfach mit Akku. Das laden Sie wieder auf. Und dann haben Sie dieses tolle, tolle Licht hier. ZX 6038 569 ist auch ein ganz neues Produkt noch. Das haben wir noch nicht lange. Die erste Sendung. Damit hatte ich glaube ich in September. Eine tolle, tolle Lampe hier. Eine Akku-Tischlampe mit Bewegungssensor. Sehr, sehr schick. ZX 6038 569 ist die bestellende. Aber können Sie auch gerne fünfmal bestellen. Bis zu fünfmal diese tolle Lampe. Und sie kostet nur fünf Euro. Weil wir in der Fünf-Euro-Show sind. Alles was Sie hier sehen, kostet nur fünf Euro. Das ist unglaublich, ne? Zack. Und du hast immer noch dein Pflaster am Knie. Ich finde das Pflaster so süß. Es bleibt jetzt dran. Ich liebe das. Das bleibt dran. Das ist das. Regen am weißen Spray. Das liebe ich, das kenne ich sogar. Und jetzt ist es aktuell. Also haben wir, ich weiß nicht, was es für das Wetter haben wir. Das regnet, das schneit. Genau. Und natürlich, du hast diese Flecken auf dem... Es schmiert halt manchmal Wasser. Und das kann man raufsprühen. Dann wird das eben wieder super glatt und richtig sauber, die Scheiben. Im Sommer natürlich auch bei Insekten. Aber das kann man einfach, um Wasserflecken zu vermeiden, ne? Kann man das da rauf machen. Und hier, gucken wir mal, sehen wir das hier im Einspieler mal. Das hat dann so einen Lutus-Effekt. Oh ja, guck mal. Das bedeutet, das Perl leichter ab. Siehst du das? Und jetzt hier hättest du Flecken mit Wasserresten auf der linken Seite. Und auf der rechten bleibt ja wirklich überhaupt gar nichts. Was ich auch interessant finde, Rüdiger aus Obertulbe hat geschrieben, auch für Fenster am Gartenhaus, Dachfenster oder Duschwand gut zu gebrauchen. Duschwand, da sind ja immer Wasserflecken drauf. Also ich liebe das Produkt. Ich habe das tatsächlich auch schon mal benutzt für mein Auto. Und ich bin wirklich begeistert, weil man sieht wirklich sofort einen Unterschied. Also wenn man das drauf spült und es regnet, dann perlt das wirklich richtig ab. Wie bei so einer Regenjacke, muss man sich das vorstellen. Das perlt sofort ab und es bleibt keine Flecken irgendwie drauf. Ja. Also richtig super. Ich liebe es. Es perlt ab. Weil es halt diesen Film drauf macht. Das ist ein Zweier. Du kriegst hier sogar zwei von diesen Flaschen. Je 250 Milliliter mit der Bestellnummer NX6126569. Hier steht noch, wer bei Regen außerhalb fährt, wird es schätzen, dass die Regentropfen wie von Geisterhand von der Frontscheibe verschwinden. Ja. Das Produkt ist toll, hat der Horst aus Berlin geschrieben. Sonst hat man ja so störende Schlieren manchmal. Und gerade jetzt, weißt du, wenn du fährst und da ist vielleicht auch noch Salz auf der Straße oder so. Dann, das setzt sich ja sofort an der Fensterscheibe an. Und hiermit perlt das einfach ab. Also tun sich einen Gefallen hier. Das Zweier-Set für nur fünf Euro. Also zwei davon für fünf Euro. Mit der Bestellnummer NX6126569 ist die Bestellnummer für das Regen-Abweiser-Spray. Ich höre übrigens gerade, dass unser Preisalarm auch schon sehr stark nachgefreut. Unser Wecker, ja? Ja, genau, der Wecker. Der ist aber auch super schick. Der Pascal hat zugeschaut. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht, genau. Nein, das war aber auch ein toller Preisalarm. Aber alle Produkte waren toll. Die hier, dieses Spray sehen Sie hier nochmal. Einfach auf die Scheibe drauf machen und dann perlt das Wasser ab. Sehen Sie das? Beeindrucken, was es alles gibt, ne? Oh, was kann man hier nur ab? Wir machen weiter. Wir gehen weiter. Bitteschön. Ein Thema. Sie tut immer so, als wenn ich das Paket kriegen würde. Aber ich krieg immer nur die Unschläge. Willst du? Guck mal, ich glaube, das ist jemand eifersüchtig. Ich weiß auch genau, warum. Ich weiß nämlich schon, was da drin ist. Oh, das ist Braslette. Weißt du, was das ist? Das ist Braslette für Camping. Also ich hätte es auch nicht erkannt. Das ist ein Zweierset von einem Survival-Armband. Survival. Und das Armband hat, das müsst ihr mir gleich mal zeigen, ein Kompass, ein Seil, eine Pfeife und Feuerstahl und ein Messer. Wahnsinn. Das ist da alles drin. Kannst du mir das mal zeigen? Ja, warte mal. Moment. Ach, hier ist ein Zuspieler. Da sehen wir es mal alles, genau. Ich habe das schon gemacht. Das Seil ist offensichtlich. Ganz genau. Das ist ganz, ganz einfach. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Oh! Hast du gesehen? Ja, wir haben es gesehen, Diana. Aha. Ich bin doch noch ganz fasziniert hier. Sehr professionell. Ach, du kennst das. Das bist du ja hier. Ja. Ich kenne das nämlich gar nicht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich habe das auch noch nie gesehen. Aber ich muss sagen... Ich zeige noch mal. Okay, Feuer kannst du machen. Feuer. Krass. Ich habe schon Feuer gemacht in diesen Zuspielern. Das war echt einfach. Das macht Spaß. Ich glaube auch für... Es macht Spaß Feuer zu legen. Ja. Mit Kindern. Sie können Camping gehen oder im Wald und was. Guck mal. Aha. Ich finde das echt so schön. Ich finde, es sieht auch einfach so schon schön aus. Wenn man sich das jetzt mal überlegt. Wenn das jetzt ein Mann trägt oder so. Oder auch eine Frau. Das sieht ja schon total elegant aus, finde ich. Dieses Geflochtene finde ich schön. Und wenn man sich dann auch vorstellt, dass man damit solche praktischen Sachen machen kann. Also wenn ich mir vorstelle, ich gehe zum Beispiel mit den Kindern los. Wir wollen Stockbrot machen oder so. Wie schön ist das, wenn man dann einfach sowas parat hat? Also es hat ein Kompass, ein Seil. Es ist Pfeife, Feuerstahl und Messer drin. Das sind viele Sachen. Messer, wo ist Messer? Das ist Messer. Das ist ja wie ein Schweizer Taschenmesser im Armbandformat. Hier sehen wir es nochmal in Nahaufnahme. Ach, das ist alles da in dem Verschluss mit drin. Also Diana wäre auf jeden Fall für das Feuer zuständig. Ich denke auch. Die würde dann schon mal... Macht mir ein bisschen Angst. Die würde schon mal alles vorwärmen da. Aha. Aber das macht Spaß. Das kann auch, wenn sie ein Hobby haben, wie Camping oder... Ja, also wirklich Wandern gehen, Nachtwanderung, habe ich als Kind super gerne gemacht. Da waren immer meine Eltern dabei. Sind wir mit Freunden losgezogen. Dann haben wir auch abends noch Stockbrot zusammen gemacht und so. Das war so cool. Das macht Spaß. Das ist echt cool. Also jetzt, wir gehen nach Nord, ja, oder nach Sud. Kompass ist auch dabei, ja? Dann nimmt man auch dieses Armband mit, dann... Also man braucht ja fast nichts anderes, ne? Das ist echt easy, ne? Komplette Camping-Ausrüstung in Form eines Armbands hier. Und das ist ein Zweier-Set hier für 5 Euro. Du kriegst zwei Stück davon für 5 Euro mit der Bestellnummer. Ach so, das ist zwei. Zwei Stück, ja. Und man kann das auch echt in der Freizeit einfach tragen. Man kann es in der Freizeit tragen. Auch ohne, dass man jetzt wandern geht. Ich finde, das Armband sieht auch echt schön aus. Ja, sehr steilig, ne? Und wenn man dann irgendwie was braucht davon? NX 3921569 ist die Bestellnummer. Das war sie auch schon wieder. Unsere 5 Euro Überraschung. Oh, schon zu Ende. Ja, die Zeit verfügt, ne? Oh Gott, ich kann's nicht glauben. So tolle Produkte. Also, ich hoffe, Sie haben auch was gefunden. Sonst, wir haben um 18 Uhr nachher gleich die Diana-Show und um 19 Uhr unsere 10 Euro Überraschungsshow. Bleiben Sie dran. Papa ist ja nicht richtig.